Das hier, das ist die Burgruine Stauffenburg bei Gittelde im Harzer Vorland. Wenn ihr sehen wollt, was der wilde Hans hier oben mit der Eva so alles getrieben hat, dann bleibt mal dran. Das hier vorne sind die Ausläufer der Domäne Stauffenburg. Und ich bin jetzt hier auf dem Weg hoch in die Berge ins Harzer Vorland. Denn hier oben, oberhalb der Domäne Stauffenburg, haben wir die Burgruine Stauffenburg. Und da soll es jetzt hingehen. Ungefähr zwei Kilometer steil den Bergsporn hoch auf den Burgberg, der Teil der Westerhöfer Berge ist. Ja, hier geht es jetzt hoch. Bestes Wetter. Auf geht's. Hier oben im Bergsporn, da müsste die Stauffenburg liegen, beziehungsweise die Reste dieser Burganlage. Man vermutet den Beginn der Bauzeit der Stauffenburg im 11. Jahrhundert. Sie wurde dann über die Jahre und Jahrhunderte immer weiter aus- und fortgebaut, sodass hier oben irgendwann im 13. und 14. Jahrhundert eine mächtige Burganlage entstanden war. Ja, das Ganze ging hier wohl auf die Herzöge von Katlenburg zurück. Katlenburg war ein Adelsgeschlecht und ein ganz schön fieses. Denn jeder von uns, der schon mal den Dr. Demutz Kirschwein aus Katlenburg getrunken hat, weiß, was das für ein fieses Zeug ist. Und dementsprechend muss auch dieses Adelsgeschlecht ganz schön was auf dem Kerbholz gehabt haben. Jedenfalls die Herzöge von Katlenburg, die haben hier oben die Wallanlage oder die Burg errichtet zum Schutz von Gittelde hier unten im Tal, weil dort Bergbau betrieben wurde. Und dieser Bergbau sollte vor Angreifern und Plünderungen geschützt werden. Ja, und auch des Weiteren verlief unten im Tal ein Wirtschaftsweg Richtung Norden. Und auch von hier oben sollte dieser Wirtschaftsweg beschützt werden. Deswegen hier oben auf dem Bergsporn die Staufenburg. Ja, ich denke mal, jetzt noch so gut einen Kilometer, aber jetzt geht es erst mal steil nach oben. Ja, die Burggrüne Staufenburg hier hat eine wirklich lebendige Geschichte. Viele unterschiedliche Funktionsweisen. Dieser Burg hier oben von Krankenstation über Gefängnis und Witwensitz ist so ziemlich alles dabei. Interessant wird es ab dem Jahre 1492. Da hat nämlich Herzogin Elisabeth von Stolberg hier oben ihren Witwensitz gehabt. Und Herzogin Elisabeth von Stolberg, die hat den Sohn Heinrich den Älteren von Braunschweig-Wolfenbüttel und noch einen jüngeren Sohn Heinrich den Jüngeren von Braunschweig-Wolfenbüttel. So, und dieser jüngere Heinrich, auch der wilde Heinz von Wolfenbüttel genannt, der hatte ein Verhältnis mit Eva von Trott. Und das war eine Hofdame der besagten Herzogin Elisabeth von Stolberg. Also sehr interessant. Und als dieses Verhältnis dann bekannt wurde, da wurde quasi die Eva von Trott vom Hof gejagt, in Anführungsstrichen. Und so zog sie von dannen, eigentlich sollte sie nach Hause zurückkehren. Aber unterwegs hat sie ihren Tod vorgetäuscht und ist in Bad Gandersheim in einer Residenz und hat gesagt, sie wäre an der Pest erkrankt. Und dann wurde sie sogar offiziell begraben. Dabei war sie quicklebendig und lebte hier oben auf der Burg Staufenbergburg und hat mit dem wilden Heinz hier oben satte zehn Kinder gezeugt und zur Welt gebracht. Und ja, sie fristete sozusagen hier oben im Liebesnest ihr Dasein. Das Ganze lief von 1522 bis 1531, meine ich. Und irgendwann kam dieses Liebesverhältnis zutage und konnte nicht mehr geheim gehalten werden. Und ja, das schlug so große Wellen, dass sogar Martin Luther sich neigte, dem Herzog, dem wilden Heinz, Hurerei vorzuwerfen. Und weil die Eva hat sich begraben lassen, obwohl sie quicklebendig war, wurde ihr sogar Gotteslästerung vorgeworfen. Das ist eigentlich hier so die interessanteste Geschichte der Burg Staufenberg. Ja, und danach war sie dann nochmal Witwensitz, eine weitere älterer Dame an der Krankenstation und sogar Gefängnis einer Dame, die ihr eigenes Kind mal umgebracht hat. Die musste dann hier oben den Rest ihres Lebens verbringen. Also wirklich sehr, sehr interessant. Einen Teil der Geschichte habe ich unten mal in der Beschreibung des Videos veröffentlicht. Ansonsten unter Wikipedia und 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 findet ihr die ganze Geschichte. Ja, jetzt bin ich hier oben an der Burg angekommen. Hier sind noch viele Fundamentreste zu sehen. Ja, und die schauen wir uns jetzt mal an. Ja, wir haben hier gleich am Eingang einen runden Turm, ungefähr vier, fünf Meter hoch mit Schießscharte. Da drauf war vorher zur aktiven Zeit der Burg vermutlich ein Holzgebälk. Also dieser Turm war wesentlich höher. Aber man muss sagen, die Burg Staufenberg hatte irgendwann ihren Sinn und Zweck verloren. Und dann wurde das hier oben verwendete Baumaterial unten in der Domäne Staufenburg weiterverarbeitet, sodass eigentlich von dieser Burg hier gar nicht mehr so viel übrig geblieben ist. Sie wurde dann sogar, ja, künstlich wieder aufgebaut. Und es wurde versucht zu rekonstruieren, wie das hier oben eins ausgesehen haben muss. Und auch hier dieser Rundturm und diese Stützmauer hier im Eingangsbereich wurden nachträglich wieder hergestellt. Ja, auch hier nochmal angedeutet eine Rundung, auch ein Turm hier in Richtung, ja, Norden, grob nördliche Richtung. Ja, und man geht hier quasi entlang einer weiten Zuwägung hier schon gesäumt von Stützmauern zu beiden Seiten in das Burginnere. Ja, sehr spannend. Und ja, allein die Tatsache, dass das hier oben mal ein Liebesnest war, macht das Ganze hier oben natürlich umso spannender und anrückiger. Das finde ich ja schon wieder stark hier. Aber gut, jetzt kommen wir in die eigentliche Burg rein. Und ja, hier oben haben wir angedeutet Stützmauern zu den Außenseiten dieser Burganlage. Und dort oben haben wir einen Schaukasten, der die einzelnen Sachen hier dann nochmal ein bisschen mehr erläutert. Hier am Schaukasten wird die Geschichte der Staufenburg nochmal ein wenig zusammengefasste dargestellt. Und natürlich, ja, sehr beachtet der heimliche Aufenthalt hier oben von Eva von Trott, diese Liebesromanze mit dem wilden Heinz. Ja, hier haben wir ein Gebäude, das wieder ein bisschen hergerichtet wurde. Und wenn man hier reinschaut, dann kann man durch diesen schmalen Gang sehen, dass die einzelnen Gebäude hier sogar unterkellert waren. Ja, aber ich muss rückwärts wieder raus. Ja, in diesen schmalen Gängen kann ich mich nicht bewegen, denn die Menschen müssen früher viel kleiner gewesen sein. Wahnsinn hier am nordöstlichen Rand hier der Burg. Ein tiefer Blick hier in das Umland. Und hier wird auch nochmal deutlich, welche Schutzfunktion diese Staufenburg hier oben hatte. Und ja, welche große Bedeutung sie für den Bergbau hier in der Region hatte. Ja, Wahnsinn. Also hier nochmal nachempfundene Stützmauern. Und wenn man bedenkt, die Wälder waren damals weitestgehend waldfrei. Dann hatte man hier einen Blick auf die Bergbauregion. Und natürlich auch auf die Wirtschaftswege, die unten im Tal verliefen. Ja, Wahnsinn. Ja, ich denke mal, schauen wir uns hier diese Burg nochmal kurz von oben an. Und dann wollen wir nochmal die Eva-Linde besuchen. Die Linde, die zu Ehren Eva von Trotz benannt wurde. Und die so ein bisschen seitlich vom Eingang liegen soll. Die Linde, die zu Ehren Eva von Trotz benannt wurde. Ja, ich bin jetzt hier an der Eva-Linde angekommen. Die hier zu Ehren Eva von Trotz gepflanzt wurde. Und an ihr heißes Leben mit dem wilden Heinz von Wolfenbüttel erinnert. Ja, das hier ist die Eva-Linde. Und hier im Hintergrund haben wir dann auch gleich die Burg Staufenburg. Wo sie zusammen mit dem Heinz zehn gemeinsame Kinder zur Welt gewacht hat. Und bei den Aufnahmen von oben war ich beruhigt. Also in der Burg hatten bestimmt zehn Kinder Platz. Ja, das ist der Stumpf der alten Linde. Seitlich hier nochmal ausgetrieben. Also wirklich ein Wunder, was die Natur so alles fabrizieren kann. Ja, für mich geht es jetzt aber wieder runter Richtung Ausgangspunkt, Richtung Domäne Staufenburg. Aber bevor ich jetzt wieder den langen, glitschigen Abstieg wage, möchte ich hier nochmal einen Sprödi-Stein aufreisen schicken. Hier an der ehrfürchtigen Eva-Linde. Ja, in der Hoffnung, dass dieser Stein einen würdigen Finder beglückt. Und ich vielleicht dann nochmal das ein oder andere von diesem Stein höre. Also, wenn ihr so einen Sprödi-Stein mal findet, auf der Rückseite steht ein bisschen was über meinen Kanal. Unter Hashtag Sprödi-Skanal bei Facebook, Instagram oder sonst wo, könnt ihr mir dann gerne mal eine Nachricht zukommen lassen. Ja, ich lege den Stein hier hin. Hier direkt auf die altehrwürdige Linde hier. Ja, schönen Gruß an die Eva, die da doch ein recht bewegtes Leben hatte und sogar den guten Martin Luther zu einer Äußerung provoziert hat. Ja, Wahnsinn. Ja, sowas steckt hier alles in solchen Burgen, solche Geschichten. Ein, ja, interessantes Gebiet, wenn man sich damit mal beschäftigt, was hier oben so alles passiert ist. Aber jetzt geht es wieder runter Richtung Domäne. Ja, der Abstieg hier ist wieder geschafft. Relativ glitschig hier im Februar. Da oben war die Burg Stauffenburg, daneben die Eferlinde. Und, ja, man muss sagen, die letzten Wochen hat es in einer Tour geregnet. Die Flüsse tragen wieder Hochwasser. Dementsprechend natürlich hier auch in den Wäldern alles matschig und rutschig. Aber, ja, so sicher wie ein Steinbock im Gelände habe ich mich wieder hier von der Burg Stauffenburg nach unten gearbeitet. Also alles kein Problem. Ja, damit geht mein Stauffenburg, mein Eva von Trott Video hier langsam dem Ende entgegen. Ja, eine wirklich spannende Geschichte, wie ich finde. Und ich bin schwerst begeistert, was solche Burgen hier alles zu erzählen haben. Ja, vielleicht ist auch ein bisschen herangedichtet. Aber letztendlich, ja, sehr, sehr interessant. Ja, hier in der Nähe haben wir die Burg Wohlenstein bei Engelade oder Bilderlade. Und diese Burg ist auch eine alte Ruine oben auf einem Bergsporn. Auch da habe ich schon mal ein Video drüber gemacht. Habe ich euch hier gleich mal verlinkt. Die Burg Wohlenstein. Ja, noch ein bisschen weiter nördlich. Da haben wir den beschaulichen Ort Haarhausen. Und dort gibt es einen alten Kalkofen von 1922 von Otto von Prien. Und auch über diesen Kalkofen, über diese alte Industrieanlage, habe ich mal ein Video gemacht. Habe ich euch hier am Ende gleich nochmal verlinkt. Denn sowohl die Burg Wohlenstein als auch der Kalkofen von Otto Prien befinden sich hier im Harzvorland. Ja, schaut mal durch meinen Kanal. Viele tolle weitere Wanderziele erwarten euch da aus dem Weserbergland, Leinebergland, Kallenbergerbergland und mittlerweile auch hier aus dem herrlichen Harzvorland. Schaut mal durch. Lasst euch inspirieren. Schreibt ein paar nette Kommentare. Daumen nach oben. Abo dalassen. Glocke abonnieren. Das ganze Paket. Das macht mich glücklich und bringt meinen Kanal langsam aber sicher nach vorne. Ja, ansonsten sage ich schönen Dank, dass ihr dabei wart und mit mir die Abenteuer von Eva von Trott und dem wilden Heinrich miterlebt habt. Ja, ich sage Tschüss, euer Sprüdi. Und zum Schluss nochmal ein paar Impressionen von der Burg Stauffenburg. Ja, aus der Luft. Macht's gut. Ja, ich sage Tschüss. Ja, ich sage Tschüss.